Andreas Fons ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Er begann seine Profikarriere bei Bayer 04 Leverkusen. 1999 wechselte er zunächst auf Leihbasis zum MSV Duisburg. Weil die Zebras in die zwei Bundesliga abstiegen, endete sein Engagement an der UEAU und Fons wurde daraufhin für ein weiteres Jahr an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. 2001 kehrte er erneut auf Leihbasis zum MSV zurück, da er sich bei den Wölfen nicht durchsetzen konnte. Als Bayer im Sommer 2003 die Option auf eine Weiterbeschäftigung verstreichen ließ, gab Duisburg dem Mittelfeldspieler einen festen Vertrag. In seiner Karriere bestritt Fons 13 Bundesligaspiele, in denen er ein Tor erzielte. So wie 96 Zweitligaspiele mit 11 Torerfolgen für den MSV Duisburg. Zudem bestritt er neun Spiele in der ersten Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Im April 2008 gab Fons bekannt, dass er seine aktive Laufbahn als Profifußballer endgültig beendet. Aufgrund einer anhaltenden Knieverletzung beantragte er die Sportinvalidität und begann eine zweijährige Trainerausbildung beim MSV. Er machte seine Trainer-A-Lizenz und war in dieser Zeit Co-Trainer der Duisburger U23-Mannschaft. Zur Rückrunde 2011 Zwölfte schloss sich Andreas Fons wieder als aktiver Spieler dem Landesligisten GSV Mosan und ist von der Saison 2013 14. an zusammen mit Erdem Onert dort als Trainer aktiv. Im Juli 2014 übernahm Fons das Traineramt bei Viktoria Goch. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft bestritt Andreas Fons zwischen 1998 und 2000 insgesamt 14 Länderspiele, in denen er sechs Tore erzielte. Er gehörte am 6. Juni 2002 dem Team 2006 an, der Perspektivmannschaft des DFB, das in Mönchengladbach mit 1 zu 2 gegen die A2-Auswahl der Türkei verlor. 11 18 15 15 16 16 16 15 19